Ebbe und Goldene Flut – Schreckliche Not auf dem Deich Gemeinsam mit ihrem neuen Freund Lennart verbringt Cathy den Tag an der Nordsee. Bei einem ausgedehnten Spaziergang auf dem Deich gerät sie in arge Pinkelnot. Soweit das Auge reicht, gibt es dort allerdings weder Toiletten noch das kleinste Gebüsch. Ihre Verzweiflung steigt, ebenso heftig wie Lennarts Erregung. Bleibt die Jeans trocken? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest Du frei zum Lesen auf unserer Homepage